die ersten folgen sind draußen vielen dank für das ganze feedback vielen dank auch für die fragen in den kommentaren da waren einige interessante fragen dabei und ich habe mir ein paar davon ausgesucht von denen ich glaube dass die für alle interessant sind erste frage ist zum eq wie stellt man den q ein einen bereich von frequenzen nennt man ein band wenn wir also nicht das ganze frequenz spektrum meinen sondern nur einen teil davon ist das ein band so was hier dieser eq würde jetzt drei bänder bearbeiten drei frequenzbänder und wie breit diese bearbeitung stattfindet regelt man mit dem q das ist die bandbreite faustregeln sind kritisch zu betrachten ich bin meistens nicht so ein fan von regeln und wenn es am ende gut klingt war alles richtig was man unterwegs gemacht hat aber gerade für einsteiger verstehe ich natürlich dass so eine faustregel oft hilft in dem fall gibt es eine und die ist so dass man anheben er breitband ich macht und absenken er schmalband ich macht ja auch sinn die störgeräusche die störfrequenzen sind hoffentlich eher schmalband ich so dass man jetzt nicht einen riesen bereich rausnehmen muss und wenn man etwas rein drehen möchte weil einem die frequenz gefällt und weil man die stärker haben möchte würde man das eher breitband ich machen klingt fürs gehirn auch ein bisschen angenehmer aber wie gesagt ne faustregeln sind gut und schön aber die ausnahme bestätigt die regel und am ende stellt man die immer so ein wie es am besten klingt also den ganzen hier ruhig einmal ausprobieren und dann eben für dieses signal selber eine entscheidung treffen die nächste frage ist ebenfalls zum eq wie viel db senkst du eine störfrequenz ungefähr ab also das beispiel war vocal aufnahme und in der vocal aufnahme habe ich störfrequenzen gesucht und habe die schmalbandig rausgezogen in dem anderen video meistens bin ich da in einem bereich bis zu 10 db ungefähr würde ich jetzt mal sagen 10 db ist doppelte oder in dem fall halbe lautstärke das heißt die betreffende störfrequenz wäre danach halb so laut kann natürlich schon auch mal sein dass man mehr braucht als 10 db der regler in diesem fall geht bis minus 24 man kann den bereich ruhig ausschöpfen es gibt keinen grund das nicht zu tun und wenn das nicht reicht kann man einen zweiten eq dahinter setzen und die frequenz noch leiser machen aber wenn 24 db nicht reichen dann stimmt irgendwas nicht mit der aufnahme also wenn das signal so ist dann ist es so dann muss man versuchen das beste rauszuholen aber wenn ich selbst die vocal aufnahme gemacht habe und ich muss danach mehr als 10 db frequenzen rausnehmen dann würde ich meine aufnahmesituation noch einmal überprüfen in dem fall habe ich jetzt über vocal aufnahmen gesprochen wenn man den eq für andere signale verwendet für samples für instrumental aufnahmen die man verfremden möchte dann gibt es natürlich überhaupt keine grenzen mehr dann könnt ihr 30 40 db reinnehmen rausnehmen alles was gut klingt nutzt die regler ich habe mich anfangs nie getraut hier vollgas aufzudrehen ich dachte immer man darf doch ein signal nicht so stark beeinflussen und das so stark verändern bestimmt passiert doch dann irgendwas schlechtes was man nicht haben will mittlerweile gnadenlos geht ganz nach links ganz nach rechts alles was gut klingt ist erlaubt warum schalte ich diesen technischen eq vor den kompressor oder ist es verkehrt den kompressor zuerst zu schalten also reihenfolge zwischen technischem eq und kompressoren mit dem technischen eq entfernt man die störgeräusche aus einem signal die störfrequenzen wir hatten die vocals als beispiel und ich nehme den technischen eq als erstes in der signalkette ich möchte nicht dass der kompressor sich mit frequenzen herumschlagen muss die ich danach eh nicht mehr haben will deshalb kommt bei mir der technische eq als allererstes es gibt eine situation da ist es trotzdem andersrum nämlich wenn man bei der vocal aufnahme bereits komprimiert dann wäre ja das signal das bei mir ankommt schon vor komprimiert und der technische eq würde dann erst danach kommen beides ist möglich ich weiß nicht ob es jetzt eine bessere oder eine schlechtere lösung gibt bei mir ist die reihenfolge der plugins ganz oft intuitiv das heißt immer wenn mir was auffällt was ich ändern möchte dann ziehe ich ein plug-in rein dass das ändern kann ich habe ganz oft dann auch zwei eq hintereinander schon einmal auch zweite esser hintereinander kompressor eq kompressor eq eq da kann jede reihenfolge möglich sein nächste frage reicht ein solcher eq oder doch direkt fabfilter oder soft tube ja also wenn überhaupt ein isotope in meinem fall zumindest reicht ein solcher eq damit ist der stock eq gemeint studio one ich benutze studio one das hier ist der eq von studio one jede daw hat einen eigenen eq und die frage ob der reicht für eine aufgabe die man mit einem normalen eq lösen kann muss der reichen die eq sind hervorragend mit dem her kann man richtig gut arbeiten und mit den aus anderen da w ist denke ich mal auch da ist die technik mittlerweile so weit und die entwicklung von den plugins dass es da überhaupt keine probleme mehr gibt wenn ihr mit dem was nicht hin kriegt was man mit einem normalen equalizer plugin schaffen müsste dann liegt das vermutlich nicht am plugin einen eq von einem anderen anbieter würde man dann verwenden wenn man den funktionsumfang braucht wie zum beispiel hier vom neutron von isotope der dann eben auch einen dynamischen eq drin hat beispielsweise in ganzen channel strip mix assistant das wären dann eben noch mal zusätzliche features oder eben wenn man den sound mag von einem speziellen plugin viele equalizer plugins sind der emulationen von analogen geräten und die haben dann eben alle ihren eigenen sound und wenn man das möchte würde man natürlich dementsprechend eins davon verwenden was genau ist deessen deessen ist das entfernen von zischlauten wir haben insbesondere in der deutschen sprache oft ein problem mit den s lauten das ist in einem bereich von ungefähr 8 kilohertz plus minus und in dem bereich haben wir oft zu viel wenn es kommt manchmal auch wenn t kommt diese ganzen konsonanten und dafür gibt es dann plugins die deessen das heißt die versuchen gezielt diese zischlaute rauszunehmen technisch gesehen ist das meistens ein kompressor der einfach auf die hohen frequenzen anspricht das kann man dann fein tunen gibt mittlerweile auch plugins diesen bisschen anders realisieren aber im prinzip geht es beim deessen immer darum dass man zu laute es laute reduziert eine frage zum kompressions video mich würde interessieren was es mit upward compression auf sich hat und wie diese anwendbar ist wir haben ja gesehen dass kompression so funktioniert dass laute signale leiser gemacht werden damit der dynamikumfang eingeschränkt wird also wir drücken unser signal ein bisschen zusammen indem wir die lauten stellen leiser machen das macht ein kompressoren das ist die downward compression die normale standard kompressions methode es gibt auch eine andere möglichkeit den dynamikumfang einzuschränken und zwar würde man nicht die lauten stellen leiser machen sondern man würde die leisen stellen lauter machen das ist upward compression man erreicht im prinzip dasselbe nämlich dass der dynamikumfang kleiner wird dass man das signal zusammendrückt komprimiert aber man erreicht es auf einem anderen weg und dieser weg klingt auch ein bisschen anders und das kann vorteilhaft sein weil wir die lauten stellen und das sind die transienten die oft ganz wichtig sind in ruhe lassen wenn wir von unten komprimieren mit upward compression plugins die das können erkennt man daran dass die ratio die normalerweise ja über 1 liegt 4 zu 1 2 zu 1 auch kleiner als 1 werden kann bei einer ratio von 1 zu 1 würde der kompressor gar nichts machen wenn die ratio größer ist als 1 4 zu 1 zum beispiel dann würde der normal downward komprimieren und wenn man die ratio dann in die andere richtung schiebt und die wird kleiner als 1 dann hat man eine upward compression das heißt attack und release ändern sich mit sozusagen man muss bisschen umdenken attack entscheidet jetzt nicht mehr wie schnell eine laute stelle leiser gemacht wird sondern attack entscheidet jetzt wie schnell eine leise stelle lauter gemacht wird und die letzte frage für heute hat nichts mit eq oder kompressor zu tun ich finde sie trotzdem sehr interessant welche kopfhörer sieht man im producer basics intro und sind die fürs mischen zu empfehlen das sind diese kopfhörer hier die sind von audio technica ich verwende die meistens fürs aufnehmen ich persönlich mag mission mit kopfhörern nicht sehr gerne aber das ist bestimmt eine geschmack sache gibt sicherlich auch leute die es hervorragend können ich persönlich mag das nicht so weil die trennung von links und rechts ist zu krass das heißt diese panorama einstellungen werden sich verändern im vergleich zum mission mit lautsprechern und effekte mache ich dann meistens ein bisschen zu leise ich mische wie glaube ich die meisten lieber mit lautsprechern und wenn man mit kopfhörern mission muss weil man unterwegs ist oder weil zu hause die abhör situation ganz schlecht ist dann gibt es einen großen tipp und der ist man muss die kopfhörer gut kennen das heißt viel viel musik damit gehört haben wenn man kopfhörer nicht kennt ist genau wie mit lautsprechern und einem abhörraum dann kann man nicht damit mischen dann weiß ich nicht was ich für entscheidungen treffe dann ist das wie ein blindflug und deshalb wenn ich unterwegs bin und einen mix beurteilen muss der zum mastern geht oder sowas mache ich das tatsächlich mit diesen kopfhörern hier die ich seit 15 jahren verwende immer wieder neu nach kaufe und die sind nicht sehr teuer und auch nicht sehr gut aber ich kenne die in und auswendig weil ich seit 15 jahren musik höre damit und das ist das wichtigste bei eurer abhörsituation egal ob lautsprecher oder kopfhörer ihr müsst die gut kennen dann könnt ihr damit mischen vielen dank für die ganzen fragen stellt weiterhin eure fragen in den kommentaren und ich werde mir dann immer wieder mal welche raussuchen